Die maltesische Polizei hat den Stabschef des früheren Ministerpräsidenten Joseph Maskat offenbar wegen Vorwürfen von Schmiergeldzahlungen festgenommen. Lokalen Medienberichten zufolge wurden weitere Verdächtige ebenfalls festgesetzt. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit der Affäre um die sogenannten goldenen Reisepässe und mit dem Mord an der Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia. Diese hatte den früheren Stabschef Keith Chambry der Korruption beschuldigt. Er soll für 100.000 Euro maltesische Reisepässe an drei Russen verkauft haben. Vorwürfe, die Chambry bestreitet. Die Affäre um die sogenannten goldenen Reisepässe begann 2014. In ihrem Blog schrieb Caruana Galizia über die Ermittlungen. Chambry trat im vergangenen November zurück, bevor auch Ministerpräsident Maskat sein Amt niederlegte. Vorausgegangen war die Verhaftung von Chambrys engem Vertrauten Jorgen Fennek, ein Immobilientycoon, der als Drahtzieher des Mordes an Caruana Galizia verdächtigt wird. Die unbequeme Journalistin wurde vor drei Jahren bei einem Autobombenanschlag getötet. Ein Mordfall, der noch nicht vollständig aufgeklärt wurde und hohe Wellen bis nach Brüssel schlug. Führende EU-Politiker erinnern regelmäßig an die mutige Frau. Vor kurzem nannte EU-Ratspräsident Charles Michel ihre Ermordung eine Schande für Rechtsstaatlichkeit und europäische Werte.